Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge BAC. Es geht rein, mit den Regenreifen. Habe ich das Auto repariert? Ja doch. Zwei Minuten her, ich habe alles vergessen. Zwo, eins, go. Vier links kurz, in sechs rechts, langsam, 50. Eins rechts, mach zu, scharf, und zwei links, mach zu, und drei rechts, scharf. Heute jetzt die No-Hit Challenge. Ich versuche absolut clean zu fahren. Und drei links, 40. Drei links, innen, und drei rechts kurz. Achtung, 40. Eins links, verdeckt, und später eins rechts. Jetzt mal, jetzt bremst ich die doll. Oh Gott. In zwei links, halb lang. 70, langsam, leicht rechts, lang, in eins rechts, halb lang, mach zu, und zwei links, mach zu, und eins rechts, halb lang, in fünf links kurz, 40, vier links, macht auf, lang, mach zu, nicht schneiden. Und sechs rechts, 40, vier links, 40, vier links kurz, 60, langsam, leicht rechts, 70, eins links, 40, drei links, innen, 50, drei rechts, halb lang, mach zu, 60, späte zwei links, halb lang, und zwei rechts, scharf, in leicht links, und zwei rechts, mach zu, und zwei rechts, mach zu, und zwei links. In vier rechts, 30. Achtung, sechs links, lang, mach zu, zwei, 100. Vier links kurz, in fünf rechts, in vier links, in fünf rechts, kurz, und sechs rechts, langsam, 50. Spätisch auf rechts, in eins links, lang, macht auf. Ich glaube, die No-Hit Challenge ist immer noch aktuell, oder? Obwohl ich zwei, dreimal schon wirklich knapp war. Und späte eins rechts, halb lang, und sechs links, 30, zwei rechts, und zwei links, lang, macht auf, und vier rechts kurz, langsam, 60. Scharf links, halb lang, in sechs rechts, 30, zwei links, kurz, 40. Oh, es war knapp. Zwei rechts, halb lang, mach zu, 30, eins links, 40. Links über Kuppel, 60. Vier rechts kurz, und zwei links kurz, 30, eins rechts, halb lang, mach zu. Habe ich gerade kurz, innen rechts, bei der Rechtskurve, die Bande ein bisschen kurz angetappt. Und eins links, halb lang, mach zu. Siebzig, vier links, kurz, lang, und zwei rechts, und rechts rechts, 40, sechs links, und scharf rechts, scharf. 30, achtung, sechs rechts, und vier links, halb lang, mach zu, eins. 40, sechs rechts, langsam, in leicht links, und eins rechts, 50, sechs links, halb lang, 70. Ich versuche trotzdem clean zu fahren. Kein Quatsch machen. Leicht links, in drei rechts, scharf, in sechs links, 100. Langsam, leicht rechts, in Kuppel, links, halb lang, und scharf rechts, durch Kreise. Weil nur Schotter. Wird breiter, 80. Kuppel, 70. Sechs links, macht zu, 80. Drei links, halb lang, macht auf, 40. Späte eins rechts, halb lang, macht auf. Ja, das ist zu viel. 70, vier links, macht zu, und zu rechts, 70. Wenn man darauf bedacht, ist wirklich nichts zu hitten. Späte zwei links, lang. 80, leicht links, langsam. Und fünf rechts, 40, drei rechts, lang. 120. Vier links, verdeckt, 30, drei rechts, und fünf links, lang. Und fünf rechts, und fünf rechts, und fünf rechts, und vier links, lang, und scharf, in vier links. Ich glaube, links gab es Kontakt. Späte zwei rechts, halb lang. 110, zweah links, halb lang, macht zu. Ich will nicht führender sein. Und leicht rechts, 100. Aber wenn ich wirklich was zu sagen hätte bei Codemasters, ich hätte da so viele tolle Ideen. Einfach fangen wir an mit, gib den Spielern mehr Freiheiten mit, dass man einstellen kann, dass man es trotzdem zwischenzeiten sieht. Dass man sich, ja das muss man dann halt nicht sagen, so wie er gut spielt, das Vorwegfahrzeug als Tabellenführender, aber der Computer ist eh quasi berechnet mit den Zeiten. Kann man es ja dann doch theoretisch einblenden lassen, mit den Zwischenzeiten. Einfach gib den Spielern mehr Freiheiten und die machen ganz coole Sachen draus. Man weiß nicht sogar noch bei meinem Spiel Half-Life so, dass durch Half-Life ganz, ganz viele Spiele geboren worden. Weil du bei Half-Life so viel machen kotest als Spieler, oh shit, dass daraus Codemasters 2 entstanden ist und Team Fortress war Half-Life und dann irgendwie so. 2 rechts, halb lang, 40, 5 links. Ja oder bestes Beispiel Minecraft. So, wir haben Minecraft angefangen und was ist Minecraft jetzt? 6 rechts, macht auf und 4 links, überziehen. So, was man alles in Minecraft machen kann durch die Mods. Oh mein Gott, ich bin dumm. Durch Stopp. Ich dachte, ich wäre schon im Ziel, ich dachte, ich muss die halten, ich habe mich schon gewundert, wo sind die Leute? Oh mein Gott, hat es trotzdem gereicht mit den Ringreifen? Die Zeit ist rot, aber rot ist auch manchmal gut. Oh je, wo sind wir rausgekommen? Aha, ja Mensch, abgeschenkt. Ich kann jetzt mal für die nächste Stage jetzt in der Replay so gedanklich eine Liste erstellen, was ich mir hier noch wünschen würde. Nach einer schnellen Inspektion scheint der Wagen nicht sehr stark beschädigt zu sein. Den Großteil der Arbeiten sollten wir... Hm. Zack. Und zack. Wie auch immer ich bei der Fahrt gerade die Aufhängung angedetscht habe, ich weiß es nicht. Großartig, einfach großartig. Du liegst im Moment... Übrigens, äh, wollte ich einen kleinen Beweis haben für wie vergesslich ich bin. Ich habe ja direkt vor der Replay doch gesagt, ey, ne, während der Replay überlege ich mir mal so Sachen aus mit... Wie hätte man das Spiel noch besser machen können? Ich habe es natürlich direkt vergessen. Haha. Deshalb versuche ich mir gleich was irgendwas aus dem Boden zu ziehen. Mal gucken, was bei der 60 Kilometer Fahrt, was ich da so zusammenkratzen kann. Start 6 rechts, 40, viel Glück. Nun, also wie gesagt, die Split-Freiheit, das haben wir ja schon in der letzten Stage besprochen. Drei, zwei, eins, go. Sie gab mal von, äh, Start von Folge 1, Mitte oder oder letzter Starte, dass man links kurz noch die Splits angezeigt bekommt. Drei links, halb lang, 30. Eins rechts, halb lang. Und was auch noch schön für den Komfort ist, dass man viel mehr wegskippt kann. Die ganzen Anfangskamera-Wischdinger, die können ruhig... Also, die können nicht alle weg, aber die könnte man gerne alle weg-ixen können. So, warum geht... Gibt einen, äh, der Entwickler nicht... Die Spieler nicht frei hat, das nicht tun. Ich meine, ist geil für die Immersion. Aber so nach dem 4.000. Mal angucken ist das halt schon... Und eins rechts, macht auf, 40. Sechs links, lang, langsam, 60. Jupsi. Eins links, halb lang, macht zu. 30, vier rechts, und fünf links, 80. Ne, über den Library Editor habe ich ja schon mal im Spielen gesprochen. Dass man Designs nicht spiegeln kann. Das ist elendig. Dass man auf einer... Dass die Folierungen nicht in verschiedenen Kategorien ist. Sondern alle Formen... Äh, ne, sind in der einen Kategorie namens Formen. Und das sind so viele und dieses Runterscrollen dauert so lange. Späte zu links, halt auf, halt auf, halt auf, vier links, kurz, 120. Man sieht, wie groß man den Sicker gezogen hat, wie es er verändert hat. An welcher Position der am Auto ist. Und drei rechts, macht auf, 70. Kann sogar... Achtung, fünf links, acht zu. Eins, drei, sechs, vier rechts, halb lang, macht zu. Fünfzehner Datenmenge, äh, Bilddatenmenge, Bilder selbst, äh, reinhauen in das Spiel. Was super cool ist. Was mir auch wirklich verholfen hat, zu sehr coolen Designs. Wie zum Beispiel das Walkenhorst-Design, was damals beim SETI GT3 angewendet wurde von JP Performance. Leicht rechts, in drei links, scharf. Mach zu, in fünf rechts, 70. Also ich halt nur durch diesen einen, äh, Sticker erstellen-Modus. Sechs rechts, halb lang, in Kuppe, Lanza, 50. Zwei links, mach zu, 60. Lanza, 60. Lanza, 60. Lanza, 60. Was aber auch ne coole Idee war beim letzten WRC-Titel, WRC, ähm, Generation. Späte eins rechts, halb lang, in fünf rechts, kurz, und sechs links, langsam, 70. Und die dann als neue Kreation, als neue Sticker-Kreation, erstellen konnte und absprechen konnte. Und dadurch dann halt beim normalen Auto-Livery-Editor dann einfügen konnte. Oder auch sowas wie, wie Fägen alle einzeln anmalen können. Das gilt noch bereits in jedem Spiel. Scharf links, halb lang, und drei rechts, halb lang, nach zu, und links kurz, innen, 50. Lanza, rechts über Kuppe, 60. Wo hat man da die spielerische Freiheit? Also warum darf man das nicht? Und sechs links, innen, 40, eins rechts, kurz. Und sechs links, und scharf rechts, mach zu. Das verstehe ich halt nicht. Jetzt sind immer also hier, wir sind Entwickler, wir sind nett und wir lieben alle Menschen, ne? 50, vier links, kurz, und drei rechts, halb lang, nach zu. Und wir wollen euch lieber das beste Spiellebnis geben. Und fünf rechts, kurz, und eins links, halb lang. Aber warum? Und zwei rechts, innen, 70. Warum klappt das nicht? Scharf links, halb lang. 60, drei rechts, halb lang, mach zu. Und scharf links. Jo. 50, fünf links, kurz, und sechs links, und drei rechts, . Und eins links, und eins links. Mit weislauf rechts, vier links, vier rechts, 100. Shit, ich bin sch Deen so vergesslich, oh mein Gott. Ist ja gar nicht gut. In drei rechts, kurz, und eins links, und leicht rechts, in drei links. In zwei rechts, halb lang, in zwei rechts, halb lang. Und auf jeden Fall KI-Schwierigkeitsgrad. Ich meine, dieses Spiel wurde ja mitentwickelt vom Entwickler und WRC3, äh, ERC3-Champion, äh, John Armstrong, der fährt ja in der ERC, also in der European Championship mit, und hat da, glaube ich, zum zweiten Mal gewonnen, der hat dieses Jahr wieder den Titel fertig gemacht, in seinem orangenen Fiesta. Also der hat ja dann schon ein bisschen Ahnung vom Spiel. Und der ist ja auch Entwickler bei Codemasters. Ist dir nicht aufgefallen, dass 100er KI irgendwie nicht das ist, was der 100er KI sein sollte? Nämlich schwer wie Drecksau. Ah, das ist ja eigentlich das gleiche Entwickler-Team wie beim, äh, Dirt-Rallye-Spiel, der Dirt-Rallye-Spielreihe. Und bei Dirt-Rallye-Spielreihe, wie gesagt, die KI wirklich super knackig unterwegs. Da war die KI schon wirklich hart hart Obak. Und die gleichen machen die KI hier in diesem Spiel. Und da ist 100 absolut nix. Das ist schon bitter. Wenn man sieht, wie ich hier fahre, das kann ich überhaupt nicht. Aber es reicht. Zu innen. 72, vier, rechts. Tuck ich, ob das overall in the board und ein shit da, oder, vorletztes. Und vier, links, kurz und vier, links, nicht schneiden. Und später zwei rechts, innen, 90. Zwo rechts, halb lang, 30. Eins links, halb lang, macht auf, vier, sehr lang. Übrigens, wir hatten jetzt mit Spieltipps hier am Sonntag auf, weil ich ein bisschen hoch politieren muss. Wir hatten jetzt offiziell die erste Woche ohne Patch. Dabei fällt mir immer mehr Sachen auf. Wo man denkt, ja komm, pro Patch. Das heißt, wenn man zwischen den Rallye-Stages ausmacht, dass dann die KI, wenn man dann wieder eintritt in Rallye, Giga-Shit ist. Dass die finale Split mit 0,005 jetzt einfach Standard verpackt ist. Oh no. Oh mein Gott. Was ist denn hier los gewesen? Die Kurve hat mich ja komplett überrascht. Dabei sind wir die Stage, glaube ich, als erstes gefahren. Naja, ab jetzt mit Spider-Man-App. Oh. Und leichter. Oh, die Lenkung hat sich ein bisschen erwischt. sehr lang. Mach zu. In zwei links kurz. 70. Fünf links. 90. Vier links. Innen. 40. Fünf links. Langsam. 30. Zwo rechts. Lang. Und fünf links. Macht auf. Halblang. 70. 90. Achtung. Das ist halt immer das Verrückte. So andere Spiele oder damals, die alte Spielreihe hat das so. Ich habe so viele Sachen besser gemacht. Dann kommt das neue Spiel raus. Man denkt, ja gut. Das alte kann man ja richtig geil aufbauen. Und dann wird es in den meisten Punkten absolut giga-Shit. Und ich denke, ich hätte doch die Vorlage. Leicht links. 90. WC 10 hat zum ersten Mal, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe hier überhaupt nicht aufgepasst. Also ich habe die Kost gehört, aber irgendwie nicht realisiert. Aber WC 10 hat zum ersten Mal in der WC-Geschichte Libby-Editor. Mit hier, du kannst deine eigenen Sticker ausziehen, wo du willst. Außer Reifen natürlich. Reifen, weil es vorteilig ist. Dann kam der nächste WC-Teil. WC-Generation. Da hast du genau den gleichen Editor, aber du konntest dann diesmal die Designs teilen. Und auch andere runterladen und sowas. Und dann kommt EA Sports WC. Und es ist der weltschlechteste Editor. Und es fehlen einfach Features. Mit hier, wenn man sich denkt, oh Gott, die Editor ist ein Gigaschitz. Der kommt dann, man kann nicht seins, aber dann lade ich mir irgendwas runter. Das war ja mein Gedankengang. Dann gucke ich, das Feature gibt es überhaupt gar nicht mehr. Der Vorgänger hat es geschafft. Warum, warum I dann nicht mehr? Es war aber besser. Warum verschlechert man sich in dem Punkt? Macht zu, drei, lang. Macht auf, 40. Langsam, leicht rechts, 90. Abzweigung scharf links, um Schild. 140. Fünf links, halb lang, 300. Und auch so eine Kleinigkeit, was man eh nicht machen sollte. Aber Schilder haben hier am Streckenrand. Okay, das ist eine Zeit von 11 Minuten. Dass die absolut aus feinstem Kryptonit gestärkten Stahlbeton sind. Das ist verrückt. Winkt der da? Warum, wohin denn? Das ist halt so verrückt. Was ist denn mit unserem Heck passiert? Das Heck, rechte Seite war noch die Zahnarztbetäubung drin. Rechte Seite einfach, einfach tot. Oh! Hätte ich das gedacht. Es wird spannend. Es wird nicht spannend. Ah, nein. Und damit sind wir auch schon an der letzten Etappe eines atemberaubenden, schnellen Events angekommen. Dieses sauber und schnell zu absolvieren, kann große Auswirkungen, auf die Gesamtwertung haben. Start 90, rechts über Kuppe, 10. Okay, wir fahren einfach in eine Minecraft-Flatmap rein, das heißt, ich weiß nicht so aus, dass hier nichts geladen wäre, aber. Willkommen bei mir zu Hause. 5, 4, 3, 2, 1, go, 90. Rechts über kleine Kuppe, 110. Fünf links, schneiden, 120. Schneiden, alles klar, äh... Leicht rechts, 160. Bremsen. Ah, wir haben keinen Sippen. 3, rechts, macht auf, 30. 4 links kurz, innen, 60. 4 links, 70. 3 rechts, innen, und 5 links. Macht zu, in 5 rechts. In 5 links, 40. 5 links, 60. 4 rechts, innen, in 4 links. Langsam, früh 5 rechts. Und 3 links, macht auf, und 5 rechts kurz, 40. Oh, wow. 2 rechts, innen, und 5 links, 50. 2 rechts, macht zu, 40. 1 links, lang. 60, 2 rechts, innen, in 4 links, in 4 rechts, macht auf, in leicht links, und 6 rechts kurz, 90. 2 rechts, und 1 links, macht auf, und 3 links, 50. 4 rechts, macht zu, 100. Wunderschön. Ich mag irgendwie das Feeling, das Design von diesem großen Leitblanken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht es viel mehr Spaß, nicht wie lang zu fahren, wenn da die großen Leitblanken sind, als diese einfachen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist es, es löst in mir mehr Freude aus. Leitblanken Gaming. Augen auf bei der Leitblankenwahl. 3 links, nach zu, innen, in 5 rechts, in 4 links kurz, 90. leicht links, langsam, 70. 2 rechts, innen, und 4 links kurz, nicht schneiden, und 5 rechts. In 2 links, macht zu, 30. 6 links, halb lang, langsam, 30. 5 rechts kurz, Achtung, 50. Leicht rechts, macht zu, 2, kurz, in 3 links, macht zu, in 5 rechts, 60. Was ist denn da los? Wie ist denn unser Hex so? Gut, da fährt man, bremsen, 80, 5 links kurz, 30, 3 rechts kurz, 70, 4 links kurz, und 6 rechts, 60, 4 rechts kurz, 30, 4 links kurz, 100, 6 links kurz, 170, leicht rechts, 50, links überkuppeln, 70, 6 rechts, bremsen, 50, 5 links, halb lang, 9. Man, genauso schnell wie in der WC1 gerade, oh Gott, haha. Um die 180 rum, so fällt auch die WC1, nur dass die in der WC1 mehr Sicherheitsstandards haben. 3 links, 40, langsam, 4 links, innen, 30, 1 rechts, 130, 5 rechts, lang, macht auf, 70. Geht einfach jede Kurve in der Regel schneller, weil es halt auch breiter ist. Und wenn man dann an sich bei einer Spur zu weit rauskommen würde, hat man dann noch die zweite als Auslaufzone. Das ist super gut. 3 links kurz, 100, 5 links, langsam, 70. Achso, was mir, wie gesagt, bei der WC1 noch eingefallen ist, wird, was er schon mal gesponnen hat. 6 links, wird enger und später 6 links, über kleinen Sprung, langsam, 60, kehre links. Mit Onboard, Cockpit oder Mutterumcamp, außen und innen oder nur Außencamp und bringt die verdammte Helikoptercam rein. Och man, ich finde die Helikoptercam muss einfach in jedem Rallyspiel drin sein und die ist ja auch eigentlich in jedem Rallyspiel drin. Ich weiß jetzt nicht aus dem Stillgreifen, ob sie bei Sebastian Luftwürdig drin ist, aber die Entwickler, die das ja programmiert haben, haben ja auch Dirtwürdig programmiert. Und da gab es auch die Helikoptercam. In Dirt auch, in WC auch, in EA WC nicht, obwohl sie Entwickler von Dirt sind. Langsam, 50, kehre links. Also Dirt ready. Ja, richtig Dirt. Bei Dirt weiß ich's nicht, ob das vielleicht ein Entwickler Team ist. Späte 3 rechts, mach zu, 80. 4 rechts, sehr lang, 80. Longs. 6 links, 120. Lange Kurve. 6 rechts, halber 90. 4 auf, Katting. 5 rechts, lang, 80. 5 links, 50. 2 links, scharf. 60, 6 links. 250. 6 links, 250. Katting. Ah. 4 rechts, mach zu, 30. 3 links, schneiden. In 5 rechts, 50. 6 rechts, langsam, 50. 6 rechts, langsam, 50. 6 rechts, langsam, 50. 2, stark schneiden, in rechts über Kuppe, 40. Späte 2 rechts. Uuuuhhh. Oh, Mensch, schön. Beobacht. 3 links, leicht schneiden, 90. Mach schon wieder Quatsch. Überziel, 4 links und 4 rechts, bis Stopp. Weg mit dem Schild. Weg mit dem Schild. Haha. Dem auch. 52,2. Habe ich ein Schild vergessen. Egal. Der muss auch weg. Und der hier. Haha. Easy Win. Oder auch ein Easy Win. Ich habe es von Anfang an gewusst. Ganz klar. Auch wenn es nur 1,4 Sekunden sind. Overhaul 17. Huch. Haha. Oh, 7,8,7. 17,7,8,7. Also 7 Zehntel, 8 Hundertstel und 7 Tausendstel. Aber hängt man noch dahinter ein B. Hat man den Mazda. 7,8,7. Wankelpower. Was. Geiles Auto. Das müsste es auch noch als Rally Auto geben. Einfach, einfach als Gag reinschmeißen. Ich meine, es ist ja ein Rennspiel. Es ist ja ein Videospiel. Ich wäre dafür für so ein DLC mit einfach Quatschautos reinhauen. Einfach, weil es, weil es ein Spiel ist. Weil es möglich ist. Aber naja. Wer bin ich? Von diesem Moment räumt jedes Team. Aber für diese drei Crews, die gerade das Spiel treffen erklimmen, wird er gerade wahr. Von Platz 1 bis 3 haben wir ja gar nicht. Dann hätte ich Einfluss. Aber habe ich nicht. Und damit wären wir am Ende dieses Events angekommen, das uns von Anfang bis Ende in seinen Bann gezogen hat und bei dem ein beispielloses Niveau an können gezeigt wurde. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay. und dann geht es weiter. Wahnsinn! Und dann geht es weiter. Ist jetzt alles ein bisschen, es scheint dem ein oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich. Aber ich sag erstmal so ich, ich habe, ich habe, äh ich habe vergessen die Aufnahme zu stoppen. Habe das Spiel ausgemacht. Und dann waren wir eine Minute drin, fehlt die Aufnahmezeit einfach weg. Was habe ich in der gelöschten Zeit gemacht? Wir haben das Team ausruhen lassen. Zweimal. Davor haben wir endlich die wohlverdiente Garagenerweiterung uns angeschafft. Und davor war auch nicht mehr ausruhen lassen. Ich dachte, da wäre noch mal ausruhen davor. Aber wir haben jetzt endlich Platz für vier KFZs. Ist das nicht was? Und morgen Italien, Sardinien. Wir fahren wieder WC2. So viel cooler. Und diesmal gebe ich mir Acht, was mein Teamkollege macht. Bye, have a great time.